Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf ChicaTV und wie ihr seht, habe ich eine neue Welle für Chica gekauft und jetzt wollte ich mal gucken, wie sie darauf reagiert. Nimm mal den Rotreißen. Chica! Ja, du darfst es hören, hier. Und tschüss. Heb! Ist das so runtergebrochen? Micky, gehst du hin? Micky, gehst du hin? Da ist es! Da ist der Ball! Du hörst ihn ja an, ne? Du hörst ihn ja? Hey! Hey! Nicht dabei ist ihn! Oh, ja! Oh, ja! Da ist der Ball! Da ist der Ball! Da ist der Ball! Hup! Hup! Guten Tag! Gib her! Gib den Ball! Bitte gib den Ball! Chica! Gib den Ball! Gib! Gib! Nein! Chica! Gib den Ball! Gib! Gib den Ball! 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 Was machst du, wenn du direkt vier Bälle vor dir hast? Gib den Ball! Okay, du suchst dir einen davon aus! Ha! Da ist noch einer! Hier! Hier ist noch einer! Verarsch! Hier ist noch einer! Jetzt bist du überfordert, ne? Hey! Ey! 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 Nimm ihn doch, nimm ihn doch. Ist mein Ball. Das ist mein Ball. Dann spiele ich mit meinem eigenen Ball. Du bist schon erwarte. Boah, du spielst ja wie die deutsche Nationalmannschaft. Hey, hier bin ich wieder. Gib. Gib. Boah, du denkst ja auch, wie muss dieser nervige Männchen mal nerven? Was ist denn meins? Warum nimmt die mir das immer weg? Ey. Viel Gras. Hast du mal was von Teilen gehört? Vergewöhnt ist Einzelkipp. Ja. Fällt gerade auf, dieser Ball ist auch schon eine Wassermelone. Ein Wassermelonen-Ball. Getrasselt. Ja, du willst die Wassermelone haben, ne? Du willst... Hey. Die hat mir den Ball geklaut. Und gib doch noch voll damit an, dass sie ihn hat. Chica. Chica. Du bist gemein. Ach, meins. Na, 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 na. Hihihi. Hier ist er. Ich glaube nicht mehr, dass heute noch mehr da passiert. Deswegen würde ich ab dieser Stelle das Video beenden und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao. Chica. Sag Tschüss. Sag Tschüss. Sag Tschüss.